So, jetzt machen wir das auch. Au. Im Moment, ich hab noch einen Motor dabei. Äh, pssst. Boah, hier ist langsam alles voll. Ich surdimiere eigentlich... Ne, Quatsch. Eigentlich gerne. Da brauche ich Schrott für und vier da. Da könnte ich mir so eine... Dann könnte ich mich auch Benzin abzapfehen. Toc, 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 toc. Achso, haben wir schon. Die Warte hier gerade vergebens. Äh, die auch weg. Äh, die auch weg. Äh, können wir essen? Ja, komm, wir essen. Sind dann voll. Dann können wir mal eine Runde trinken. Ähm. Unsere Wasserflasche mal in Füll nochmal. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Äh, so. Das ist immer so ein bisschen was, ne? Ich weiß nie, kommt der Nebel jetzt oder kommt der Nebel nicht? Ich weiß es einfach nicht. Ich weiß es einfach nicht. Oh, guck mal, hier können wir schon mal... einfüllen haben wir schon mal ein bisschen Benzin hier auch wir füllen einfach ein bisschen Benzin ab ist ja auch cool hängen fest das ist kein erzählen auch hier nochmal abgefüllt hier hätten wir noch eine Zündkerze die wir brauchen könnten ich glaube das ist auch immer egal wo wir abzapfen es bleibt irgendwie immer das gleiche wie Sponsors ja scheinbar geil wir können jetzt gleich das Auto wir können uns jetzt gleich das Auto für den machen das finde ich gut das finde ich wirklich oh ähm ähm oh ich habe den Benzintank vergessen nein das wird es nicht schaffe ich das noch? äh ich muss es schaffen oh Bär oh Bär oh 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 ich bin zu verfolgen Mann boah genau rechtzeitig gerade genau rechtzeitig alter Verwalter äh ähm ähm äh äh und ein Stick da können wir nämlich Bögen raus machen und da brauchen wir noch Sticks für mhm 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 sehr low damage okay okay da kann man ein bisschen mehr Damage ausmachen okay mhm 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 muss ja auch mal dazu lernen so 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 mhm mhm wir brauchen aber verdammel lange um Streichhölzer herzustellen muss man einfach mal sagen Streichhölzer herstellen ist die braucht ewig mhm oh wow Ah, Mann. Am Arm verletzt. Was gibt's da nicht hier? Nass. Verletzt am Arm. Hüpp. Ach da. Status. Hä? Okay. Das könnte man direkt von hier aus machen, aber ne, ich auch nicht. Okay. Das müssen wir machen. Alles klar. Dann leg ich die wieder rein. Alles klar. Das war nicht so das Beste. Ja, okay. So, wegessen hier. Das gibt's noch nicht. Oh, ich bin dehydriert. Das ist nicht so gut. Dehydriert. Ähm. Ja. Da legen wir das Stück da auch noch drauf. Da sind wir auch noch mit. Mhm. Mhm. Fülse-Tank. Das ist relativ gut. Ja, gut. Die sind ganz geht auch noch. Ziemlich verarscht. Ich kann die nicht stacken. Doch, kann ich. Hä? Äh. Okay. Manche müssen die immer verstehen, hier. Jetzt sind Kerze. Okay. Ich kann mal in den Reisen gehen. Das Fleisch sieht nicht mehr so gut aus. Naja, egal. Ähm. So. Oh, neun Liter ist jetzt nicht so viel, aber naja. Das heißt gar nichts. Wir können auf jeden Fall Auto fahren. Das ist ja schon mal ein Anfang. Das haben wir schon abgezapft. Genau. Und hier wollten wir nämlich abzapfen. Abzapfen. So. Ja, hier wollten wir nämlich abzapfen, aber da ging dann auf einmal nicht mehr. Ja, bleibt ihr bloß mal oben. Ich hab's schon wieder. Ah, das gibt's nicht. Ich lass echt jedes Mal, ähm... Hab den Mist da drin. Äh... Endlich ist das so richtig. Na, so ist es. jetzt aber jetzt nicht dran vergessen nicht vergessen wir da den tank hier raus holen müssen kittier ist leer drin drei flaschen eine farme so ich weiß gar nicht was passiert wenn man übernachten unterwegs unterwegs sind ich hab's schon wieder was gibt's nicht schatz tanki ist man vergesse ich den nix drin dunkel langsam für den tank mal so schon besser jetzt mal weiter düsen und ich düse 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 im sonstigen moment ja das war eh interessant aber hier ist noch so ein safe house mit ein relativ großes helfer sogar ja gut aber schön dass man was gesehen haben das die maler ist alle so direkt abzapfen hier sehr gut sehr gut ist irgendwie immer alles so ne das kann man so ein bisschen überraschend ich hätte jetzt gedacht ich muss doch mal eine karre holen ich muss doch mal eine karre eben holen auf jeden fall die wege werden auch echt weiter die wege werden echt und dann muss man auch mal gucken wo man nachher pennt das kann man jetzt sehr überraschen so neun millimeter ich könnte jetzt einmal durchladen kann man nicht doppelt das ist echt doof das ist echt doof Tablettchen hier die können wir direkt essen ich sehe schon da ist nichts mehr drin das ist jetzt nicht ach guck mal hier nochmal eine gute Ballerie ach guck mal warte ich würde das auch gerne durchsuchen ah ok nochmal schade auch schade auch schade warte warte mit vier schuss genau nachladen so 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 rieders immer auch schon fast wieder voll m habe es tun und vor und status und bringen wir das himmel eigentlich nix der im welt und klar ist bescheid es baut mich auf relativ gut mit schrutt glaube ich ja hier kann man mal ein bisschen tank abfüllen tank abfüllen so oh yeah oh yeah und noch mal tank abfüllen da kann man mal zimtkerzen mitnehmen doch glaube ich aber sobald über hier hinten rein tun glaube ich und back reifen reifen haben wir schon ein reifen haben wir schon so wo stecken da noch ein großes jetzt habe ich mich leicht erschreckt da kann unser hund jetzt habe ich mich sogar noch ein bisschen mehr erschreckt ich dachte da steht einer jetzt haben wir nacht naja nicht so schlimm glaube ich ich weiß es nicht alles klar hier haben wir auch ein bisschen mit dem ziehen tank ablutschen wir dürfen glaube ich nur nicht vergessen wobei her kam alles gut so so guck mal einer an Hier geht es dann noch weiter, okay. Achso, da geht noch eine Straße weiter. Oh, okay, die kann man nicht mehr mitnehmen hier. Auch nix schlecht. Kann ich denn jetzt hier hinten angucken? Ja, ne? Habe ich schon, alles klar. Geht die Batterie denn leer dann? Okay, wir sind nämlich nicht. Okay, dann haben wir wieder Durst. Wir haben noch was zu trinken. Bye. So. So. Ne, das ist egal, ne? So. So. Geil. Ich habe auch eine Taschenlampe oder sowas. Wir verklauen uns wieder ein bisschen Benzin. Na gut, das ist nicht viel hier, was wir zu klauen haben, aber das ist ein bisschen was. Oh, was zu essen. Oh, sehr gut. Da ist gar nichts drin. Okay. Oh, was ist gar nicht? Oh, was ist gar nicht? Ja. So. Also. Okay. Oh. Okay. Eigentlich will ich da nicht rein, alleine. Die Dunkeln sind immer so einsam. Mist. Äh. Öh. Oh, wo ist meine Karre? Ah da. Schon leise Sorgen gerade gemacht, meine Karre. Ähm. Sollten vielleicht jetzt auch besser umdrehen. Haben wir gerade so Gedanken zu gemacht. Oh. Oh. Hoppla. Oh. Ist echt ungewohnt, die Steuerung hier. Hier gibt's auch Banditen irgendwo. Wo genau, weil... Uah. Weiß ich jetzt nicht. Uah. Äh. Was ist denn jetzt passiert, äh. Mir ist der Motor im Hintergegang... Alter, das gibt's doch nicht. Ich hab doch noch einen Motor. Ich hab doch noch einen Motor dabei. Ja, geil. Scheiße. Da ist mir jetzt echt der Motor flitzen gegangen, weil... Weil ich irgendwo gegengeklatscht bin, oder was? Das gibt's doch nicht. Ich hab's ja... Ich hab's ja... Ich hab's ja... Find ich den Motor hier irgendwo noch? Stimmt nicht mehr. Motor? Nee, ich geh da nicht gucken. Ich weiß nicht, was da ist. Ich weiß nicht, was da ist. Ist das hier mein Motor? Nee, das ist nicht mein Motor. Also echt aufpassen, wo man gegenfährt. Ist der Motor halt mal weg. Ist es im Dunkeln überhaupt nix. So. Auf jeden Fall schlafen jetzt. 23, 24, 1 Uhr, 2 Uhr, 3 Uhr, 4 Uhr, 5 Uhr, 6 Uhr. Sleep. Sleep time. Baby. So. So, das da rüber. Wir brauchen... Wir brauchen nur einen Schrank, ey. Das hat sonst keinen Sinn, je. Wir brauchen dafür... Noch mehr Metallschrotz, so, ne? Oh, gut. Das können wir mal eben aus dem Auto ziehen. Oh. Ich hab das Licht angelassen. Das ist nicht so gut. Ich weiß nicht, wie lang die Batterie das so aussieht. 24,1. Alles klar. Mhm, mhm, mhm. Wir füllen den Tank noch mal. Da, 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 da. So, da haben wir ein bisschen was zusammen. Ach, alter, ich vergesse die Hälfte. Äh, das darf man ja sagen. Äh, so. Und das war jetzt dann hier und hier und das hier. Geil. Dü-dü-dü-dü-dü-dü. So, dann haben wir hier echt einen Platz. Für mehr Lutzhäuser, immer. Äh. Sub. Ach, das hier hin. Das da hin. Das da hin. Das wiederum hier hin. Äh, weiß ich mal noch nicht. Das ist, das kann ich essen. Das kann ich essen, also gut. Ähm. Die kann ich auch noch mal rausholen. Ähm. Die auch. Und die, das sind die Streichhölzerchen. Kann ich auch noch mal rausholen. All Streichhölzer haben wir. Wo? Ich weiß es nicht. Ich streichel es ja nicht irgendwo. Ach, die haben wir nur hier drin. Ja, das sind. Packen wir sie auch hier mit rein. Oh, ein bisschen Platz gespart. Ähm. Da auch noch mal reinpacken. Zack, zack, zack. Ähm. Elektrolyse. Ähm. Jo. Ja gut, das können wir hier auf jeden Fall drin lassen. Schade, wenn mir ein Motorflitzel gegangen ist. Echt doof. Shit. Shit. Ähm. Ich muss hier noch was zu essen und zu trinken. So ein bisschen. Ohne bringen. So, die ein oder andere Batterie noch. Ähm. Ich glaube, Federn haben wir jetzt nicht. Ah ja, hier. Die da rein. Das können wir mal so ein bisschen mit uns rumschliepen. Oh, Alter. Ich bin ein bisschen länger, glaube ich, eine Zeit in Anspruch neben mir. Äh, zack. 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 Mann, ist er noch nicht kaputt. Ähm. Jo. Autobatterien, gedöns, zack, das hier. Äh, da finde ich jetzt gleich noch was, hier. Der Hammer ist noch gut. Die Axt auch, die Axt auch. Und schon sind wir wieder voll. Ja, es muss doch immer noch größeres an Schränke geben, oder? Locker, Security-Blogger. Hm. Handtüch, freue ich jetzt nicht unbedingt. Stuhl auch jetzt nicht, oder? Zielscheibe, Stuhl. Nein, nicht. Ach, stopp doch nicht. Nein. Nein. Wollte ich doch jetzt gar nicht, ey. So. So, ähm. Ich weiß nicht mehr, wohin wir den ganzen Kram. Ich renge hier vor. Na, wir machen hier nochmal eine Reihe. Ich vielleicht sogar vor. Schlaf, na, du sagst. Ja. Äh. 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 So, er gar nichts mehr. Weder Bretter noch Schrot. Das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, kein Thema. Zack. So, dann haben wir nämlich das auch schon fertig. Und das hier rein. Und das hier rein. So, haben wir hier wieder relativ viel frei. Relativ, nicht alles. So. Zack. Was mit Kraften, nämlich. Äh. Okay. Hier ist noch was. Und da ist dann auch noch was. Kann ich die Stickies nämlich noch rüberhauen. Bisschen Melis kann ich noch hier mit reinhauen. Zack. Zack. Jo. Die Knarre kann ich noch hier rüberhauen. Zack. Und dann würde ich sagen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, fürs Dabeisein. Ähm. Ich mache erstmal ein kleines Aufnahme. Päusken. Und dann sehen wir uns, wenn ihr denn wollt, in der nächsten Folge wieder. Ich esse erstmal eine Kleinigkeit. Und dann, ähm. Ja. Wie gesagt, hier sind wir schon weit drüber, über das eigentlich, was ich aufnehmen wollte. Ähm. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Wie gesagt, ich werde dann nochmal so das ein oder andere Völklein aufnehmen. Und, äh. Ja, so ein bisschen wieder. Es kommt der Nebel. Auf Solo, ähm. So ein bisschen die Solo-Projekte mal wieder ein bisschen, äh. Feiern, beziehungsweise, äh, im Fokus haben. Auf jeden Fall, vielen lieben Dank, äh, fürs Dabeisein. Ich gehe mal ganz schnell, weil das wird auch jetzt so langsam. Ja, auf jeden Fall, vielen lieben Dank und ciao mit V.